Side Plank und Feed Elevated Side Plank. In dem Video seht ihr wieder zwei Varianten und ihr macht halt die Variante, die auf euren Trainingsplan steht. Die erste Variante ist die Standardvariante, da platziert ihr euren Ellbogen so flach wie vom Athleten demonstriert, einfach unter eurer Schulter. Wichtig ist dabei, dass der Latt angespannt ist, das macht ihr, indem ihr aktiv mit dem Ellbogen in den Boden reindrückt und haltet einfach die Position für die vorgegebene Zeit. Die zweite Variante ist dann die Feed Elevated Side Plank, so müsst ihr mehr von eurem Körpergewicht unterstützen, das ist ein bisschen anspruchsvoller und achtet bei beiden Varianten, dass ihr wirklich komplett gerade seid, dass der Arsch angespannt ist, dass da keine Beugung ist und dass der Kopf auch in der natürlichen Verlängerung der Wirbelsäule ist.